Fadine dumm, oh 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 Schau, schau, der Kommissar geht um, oh 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 Er wird ja anschauen und du weißt warum Die Lebenslust bringt die um Alles klar, Herr Kommissar Hey, ich wohne bei diesem Stück, meine Simpli, komm! Biss ja, nein, will ich die? So, wir treffen Jill und Joe und der Bruder Hipp und auch den Rest der coolen Gang Sie rappen hin, Sie rappen her, da zwischen Kratz und auf die Wände So, where should we go? You know, I'm thinking probably the most groovy placements area, how about Anneli High School? Was ist das? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. 1984? Das ist wo wir kommen! Wir haben nur einen Wien Prompting. Ja, Mann! Guten Morgen meine Damen und Herren! Ich wusste Lars, seitdem er ein Wee-Lad in meine Social Studies-Lad war. Und er war immer ein guter Soldat. Und ich wusste immer, dass er die Welt würde. Lars ist ein wirklich cooles Mann. Er ist einfach so schön. Er ist einfach so schön. Er ist hier für die Bourgeoisie. Für die Leute. Und all das Jazz. 2, 3, 4, 1, 2, 3, na, es ist nix dabei. Na, wenn ich euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich will das schon...